Hallo zusammen! Wie zettelt man eigentlich einen Krieg an, wenn man Krieg will? Nehmen wir an, du hast etwas, das wir haben wollen, wie stellen wir das an? Wir möchten euch heute drei unserer wichtigsten Methoden offenbaren, die sich im Laufe unserer Vergangenheit entwickelt haben. Methode Nummer 1 ist natürlich der primitive Überfall. Das heißt, wir schlagen dir eins über den Schädel und nehmen dir das ab, was wir haben wollen. Ist natürlich sehr wirksam und schnell. Das Problem ist aber, dass es relativ offensichtlich ist, wer der Angreifer war. Deshalb musste eine zweite Methode her. So sagten wir uns, ab jetzt sind wir die Guten und haben nur Verteidigungsministerien. Das heißt, wir schießen nur zurück. Und wie stellt man das an? Wir beginnen keinen Krieg, bevor wir nicht zum Beispiel über einen vorgetäuschten Überfall dir die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Das berühmteste Beispiel waren wohl unsere Anschläge auf die Zwillingstürme vom 11. September 2001. Dafür machten wir dann Al-Qaida, eine arabische Terroristengruppe, verantwortlich. Dies war ja dann die perfekte Grundlage für den Angriff auf den Irak. Doch unsere Lügen hatten kurze Beine. Wer durchschaut heute noch nicht, dass wir, also die USA, die Finger im Spiel hatten, deshalb musste noch eine dritte Methode her. Und das ist, man höre und staune, die humanitäre, menschenfreundliche Aktion. Die Einfälle in Libyen waren nur durch diese Methode möglich. Wir zettelten einen zivilen Aufstand in unserem Zielland an. Und da dieser unbewaffnet ist, verstärkten wir ihn mit gekauften, bewaffneten Söldnern. Der Staat bekämpft nun diese Söldner. Und jetzt erzählen wir in allerlei Medien, dass dieser böse Diktator sein Volk massakriert. Die ganze Bevölkerung findet das nun wirklich schrecklich und es entsteht ein allgemeiner Hilfeschein. Das ist für uns die bewährte Einladung, in das fremde Land einzufallen. Dies war bei Gaddafi in Libyen der Fall und ist noch aktuell in Syrien mit Al-Assad. Als Erlaubnis holen wir uns noch den Beschluss des Weltsicherheitsrates, der eigentlich die Weltgemeinschaft vertreten sollte. Um jetzt im Rahmen dieser humanitären Aktion dieses fremde Land ganz ordentlich platt zu machen. Mit brutalster Gewalt. Und die Medien verkaufen euch das nach wie vor als Hilfsaktion. Für dieses arme, geknechtete Volk, dessen Öl vielleicht wir haben wollen. Oder andere Rohstoffe. Oder vielleicht einen Durchgang für eine Pipeline. Was auch immer. Comprende? Macht schon Sinn, oder? Genauso viel wie morgen diesen Sender wieder einzuschalten. Auf Wiedersehen. Bis bald. Und was ist eigentlich ein Versuch. Und was wünscht? Bis bald. Bis bald. Bis bald. Sobald tunnel. Bis bald. んだ employee. Bis bald. Bis bald. Bis bald.